Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Reads. Ich bin wieder OleOle und heute sind wir wieder mit Juli unterwegs, diesmal auf seinem T24, Skoda T24, Entschuldigung, auf der Karte Kiste. Er entscheidet sich auf alle Fälle erstmal für die rechte Seite. Was eigentlich auch ganz gut ist, aber ich verstehe nicht, warum du immer nach rechts schaust. Ah, jetzt. So, da ist der Marta schön erstmal offen. Steht in einem Stein. Das waren schon mal zwei wichtige Schüsse. Oh, der Panzer 4H, der kann wirklich Auber machen. Ich bin bereit zu feuern. Ich bin bereit zu feuern. Länger ein-Aim, Juli. 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 Ich seh sie nicht mehr. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der Gegenfall durch ihr Panzer rum. Länger ein-Aim, Juli. T-24, Duellant, Wirkungsfeuer, Schläger, Levislayo, Medaille, Krieger und Großkaliber. 1.572 Schaden gemacht. Das Ganze in 5 Minuten 45. 11.000 plus. 11.000 plus. Also gute Runde. Kann man nichts sagen, Juli. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.